Der Stich ging über den Rücken. Der geneigte Zuschauer sieht, dass der Trauker seine Waffe links trägt. Ein Schritt des Trauker von Morullo. Das sind übrigens zwei voll ausgebildete Gladiatoren, die da gegeneinander kämpfen. Komm schon, Eneas! Tiefstand, komm schon! Hau ihn weg! Weiß gegen Rot. Wollen wir das zusammen mal üben? Weiß, 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 weiß! Der Stich ist ja. Jetzt durch die Anforderung kommt der Trauker nicht mehr durch die Deckung. Der Stich ist ja schlimm. Das war's! Der Stich ist ja schlimm. Der Stich ist ja schlimm. Wir nehmen das. Der Stich ist ja schlimm. Das war's! Der Stich ist ja schlimm.